Der Forex-Markt ist der mit Abstand größte Finanzmarkt für uns Trader und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ich denn diesen Finanzmarkt trade. Somit zeige ich dir immer, wie ich im Forex-Markt trade, auf welche Sachen ich besonders acht gebe, welche Indikatoren ich vielleicht auch nutze und noch alles weitere. Von daher bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um da auch nichts zu verpassen. Zusätzlich mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommst du zur kostenlosen Trading-Team-Community. Dort teile ich mit dir tägliche Markt-Updates und noch vieles mehr, von daher check das Ganze an der Stelle einmal ab. Ansonsten würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und let's go! Genau Leute, heute will ich euch einmal zeigen, wie ich denn Forex trade und dafür brauchen wir ja am Ende des Tages drei essentielle Sachen. Zuerst einmal Trading-View, seht ihr schon mal, habe ich hier jetzt einmal offen. Da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier auf diesen Link einmal gehen. Ich klicke jetzt hier einmal drauf, daraufhin werden wir jetzt hier einmal auf die Startseite von Trading-View kommen und diese sieht wie folgt einmal aus. Ihr werdet es jetzt gleich hier schon einmal rechts bei mir in der Watchlist sehen, denn dort habe ich verschiedene Forex-Paare immer schon vorher einmal drinne. Und guckt mir zusätzlich auch immer noch den S&P 500 an, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir gehen jetzt einfach mal in den Euro-US-Dollar rein. Am Ende des Tages ist es nicht wichtig, in welchem Paar wir uns jetzt erstmal befinden, für das heutige Video zumindest nicht. Heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Euro-US-Dollar-Part bzw. habe den Euro-US-Dollar jetzt einmal auf, den ich traden möchte. Und welche Trading-Methode ich hier anwende, das werde ich euch jetzt gleich einmal ganz genau zeigen. Vorweg, ich benutze aber noch zwei weitere wichtige Seiten. Einmal Yahoo Finance, das ist sozusagen eine Seite, wo man alle wichtigen News übersichtlich einmal bekommt. Ja, ihr seht, hier sind auch andere News, die jetzt vielleicht nicht gerade den ausschlaggebendsten Einfluss haben. Aber hier kriegt man immer, ja, hier oben auch super Übersichten, was es jetzt gerade gibt, ja. Dementsprechend gucke ich hier eigentlich einmal am Tag immer drauf, gehe hier einmal so durch. Was gibt es jetzt für News, die auch vielleicht ausschlaggebend dafür sind und so weiter und so fort, ja. Das ist eine Seite, die ich also auf jeden Fall immer einmal aufhabe, während ich vorwegstrade. Und generell, bevor ich in den Tag starte, ihr seht jetzt hier auch immer die ganzen Märkte, ja. Jetzt auch hier, dass der deutsche Markt geschlossen und so weiter und so fort. Was auch noch wichtig ist, ist der Wirtschaftskalender. Da nutze ich hier immer diesen von investing.com, kann ich euch den Link auch einmal in die Videobeschreibung packen. Und hier ist es nämlich immer so, dass wenn ihr jetzt hier drauf seid, heute ist wie gesagt nichts mehr angesagt, aber ab morgen, dass wir hier alle wichtigen News einmal in einer Übersicht finden, okay. Ihr seht jetzt hier, was morgen zum Beispiel alles für politische News sind. Und was sehr, sehr cool ist, ist, dass wir hier diese Sterne haben. Denn umso mehr Sterne, umso wichtiger sind diese News für die allgemeine Wirtschaft und darauf resultierend auch für die Charts, ja. Und wenn man sich jetzt hier mal zum Beispiel diese Woche anguckt, können wir hier mal durchgehen. Sehen wir die meisten, hier sind ein, zwei Sterne. Und dann gibt es aber hier zum Beispiel jetzt auch, das ist jetzt US-Daten. Generell US-Daten sind immer sehr, sehr ausschlaggebend. Und hier geht es jetzt zum Beispiel um Baugenehmigungen, ja. Die haben zum Beispiel drei Sterne. Was ja hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, vor allem auch bei den Amis, aber jetzt hier zum Beispiel bei den Briten einmal, wenn man zum Beispiel den Fund einmal traden möchte, sind die Verbraucherpreis-Index-Daten, ja. Und was ihr hier auch immer seht, ist einmal eine Prognose und die vorherigen Daten, okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die britischen Verbraucherpreis-Index-Daten nehmen, sehen wir, vorher war es bei 8,7. Es soll bei 8,5 landen, das ist also die Erwartung. Und dann ist halt entscheidend, wird die Erwartung eingehalten oder zum Beispiel massiv schlechter erfüllt. Weil wenn das ist, dann ist das auf jeden Fall zum Beispiel ein Indiz dafür, dass der Chart nach unten kracht, ja. Grundsätzlich kann ich sagen von mir selber, dass ich persönlich eher wenig News-Trade. Denn sowas nennt man News-Traden, ja. Das heißt, man konzentriert sich auf gewisse Daten, die zum Beispiel kommen, vor allem bei den Ami-Daten. Und darauf resultierend, ja, spekuliert man ein bisschen bei seinen Trades. Und ich persönlich halte da eher nicht so viel von, bin da also kein großer Freund von, machen aber trotzdem viele. Je nachdem, welche Zahlen aber droppen, zum Beispiel Inflationsdaten und so weiter und so fort, macht es schon das eine oder andere mal Sinn, da sich dementsprechend auch aufzustellen. Aber grundsätzlich bin ich da eher raus, ja. Jetzt gehen wir einmal in den Chart rein und das will ich euch zeigen. So heißt also, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben einmal Yahoo Finance. Da gucken wir uns an, wie ist überhaupt die aktuelle Lage. Gibt es aktuelle News, die entscheidend sind, so allgemein politisch Nachrichten bedingt. Dann gucke ich mir an, okay, welche wichtigen Wirtschaftszahlen sind denn jetzt im Raum. Wo sollt ihr vielleicht auch die Finger vom Traden lassen. Weil wenn zum Beispiel Zinszahlen veröffentlicht werden, ist der Markt dementsprechend sehr volatil. Je nachdem, was ihr dann tradet. Das heißt, es ist egal, ob ihr jetzt zum Beispiel im Kryptomarkt seid, im Forexmarkt und so weiter und so fort. Dort ist das Risiko hoch, dass ihr euch verbrennt. Denn, ob ihr eure technische Analyse aufstellt oder nicht, bei solchen Daten kann es sehr, sehr oft sein, dass wir erst in die eine Richtung gehen und dann extrem in die andere Richtung schießen. Und das ist natürlich dann immer sehr, sehr riskant, ja. Allgemein, vor allem bei Euro-US-Dollar oder generell im Forexmarkt, bin ich der Meinung, dass wir hier immer sehr, sehr gut mit Trendkanälen traden können, okay. Das heißt, hier im Euro-US-Markt ist es so, anders als bei Krypto, dass viel, viel, viel mehr Geld benötigt wird, um den Markt extrem in eine Richtung zu schießen. Und genau deswegen sehen wir zum Beispiel beim Forexmarkt auch nicht wie bei Bitcoin, ja, Kerzen, die teilweise 5, 6% sind, weil so viel Geld ist fast unmöglich in den Forexmarkt reinzupumpen. Dementsprechend sind die Schwankungen immer etwas kleiner. Zusätzlich ist es im Forexmarkt immer so, dass wir über längere Dekaden, also über längere Preisspannen in eine Richtung uns orientieren. Ihr seht jetzt mal zum Beispiel hier, wenn ich euch das einmal zeige, wenn wir uns das einmal hier angucken, Daytrange, dass wir hier zum Beispiel von September bis Februar, ja, wir reden hier von 128 Tagen, wirklich einen kontinuierlichen Aufwärtstrend haben. Und das ist so eine Sache bei Forex, die ich persönlich sehr, sehr schön finde, weil in diesen, ja, Channels, in diesen Aufwärtskanälen kann man halt extrem gut mit Volumen und Support und Resistent arbeiten. Und das, ja, da bin ich halt einfach persönlich ein sehr, sehr großer Freund von. Wenn ihr euch das jetzt hier links mal anguckt, seht ihr auch hier zum Beispiel, ja, wie lange, wenn wir gehen jetzt mal hier in den Tageschart rein, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, dass wir hier, ja, extrem lange Spannen haben. Wir gucken uns mal jetzt hier an, von Januar 2018 bis, ja, März 2020, ja, wir reden hier von zwei Jahren circa, haben wir hier diesen Abwärtschannel geformt. Ja, am Anfang extrem volatil nach unten, ja, hat ja natürlich auch mit Corona und Hass nicht gesehen zu tun, aber hier, wenn man sich einmal diesen Abwärtschannel hier anguckt, ist das natürlich extrem, extrem schön zu traden, ja. Und vor allem auf solche Sachen spezialisiere ich mich und beziehungsweise gucke ich dann halt auch immer sehr extrem bei meinen Forex-Trades, ja. Gucken wir uns jetzt hier zum Beispiel einmal an, hätten wir jetzt hier im Daily Chart getradet. Was ich jetzt hier zum Beispiel mal mache, ich habe immer meine Favoritenliste mit meinen Indikatoren, hier kann man natürlich einige Indikatoren sich jetzt dazu nehmen. Was ich hier immer ganz gerne aufrufe, ist der Visible Range Profile Indikator und Volume Profile, okay. Jetzt sehe ich hier schon mal anhand des Visible Range, ja, gewisse, sage ich mal, Volumenblöcke, wo sehr viel Volumen gerade liegt, ja. Ja, da haben wir natürlich hier zunächst einmal diesen Bereich, wo durchaus viel Volumen steckt. Dieser Bereich ist jetzt auch vielleicht in naher Zukunft für uns nochmal interessant. Genau deswegen ist das jetzt hier erstmal mein übergeordneter Resistance Bereich, okay. Das heißt, der Bereich wird von mir auf jeden Fall mit einer Short-Position gefüllt, denn wenn man sich diesen Abwärtskanal einmal anguckt, sehen wir, dass dort, ja, durchaus viel Volumen drin steckt und wir dementsprechend uns sehr aufstellen. Jetzt sehen wir als nächstes hier direkt einmal, dass auch in dieser Area sehr viel Volumen steckt und das ist sozusagen auch gar nicht mehr so weit weg von unserem aktuellen Punkt, ja. Ja, und dementsprechend markiere ich mir das dann hier immer ganz schön, schreibe mir jetzt hierhin übergeordneter Short-Bereich, ja. Denn dort wollen wir als Resistance das Ganze einmal shorten und hier ist sozusagen unser nächster übergeordneter Short-Bereich, ja. Man kann jetzt hier noch mit 1 und 2 arbeiten, spielt jetzt hier aber erstmal keine Rolle. Was mache ich jetzt noch in so einer Situation? Ich gehe vor allem hier einmal ins Volume Profile rein und beziehungsweise hole mir das Volume Profile noch ein zweites Mal in den Chart rein, dass dieser Indikator jetzt hier zweimal bei mir drin ist. Da kam auch sehr, sehr oft die Frage, wie ich diesen Indikator mache. Ganz wichtig, zweimal den gleichen Indikator hier in den Chart rein. Den oberen Indikator brauchen wir jetzt hier erstmal nicht, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dementsprechend machen wir das Ganze jetzt hier einmal aus. Was wir jetzt aber brauchen ist dieser Indikator. Diesen haben wir jetzt hier zweimal bei uns im Chart drin, das passt uns aber noch nicht. Genau deswegen gehen wir jetzt hier einmal in die Einstellungen rein, bei unserem ersten Indikator und stellen erstmal hier diese Spanne auf 100. Das bedeutet nicht viel mehr, als dass jetzt hier gleich das Ganze einmal weiter nach rechts geht. Ist einfach da ein bisschen übersichtlicher, werdet ihr jetzt sehen, zack, dass das erste nach rechts geht. Das zweite, was links bleibt, ist noch der andere Indikator, okay. Außerdem nehmen wir jetzt den ersten und machen den auf Bullish. Ich persönlich nehme für Bullish immer gelb, ja. Das ist aber am Ende des Tages egal, könnt ihr auch grün nehmen oder was auch immer. Die Linie hier mache ich mir jetzt auch einmal gelb und dann bestätige ich das Ganze. Das heißt, jetzt hier rechts habe ich einmal das bullische Volume. Zusätzlich gehe ich jetzt zum anderen Indikator und mache das gleiche noch für Short. Das heißt, hier gebe ich jetzt auch wieder 100 ein. Das wird jetzt hier einmal überschneiden, werdet ihr jetzt gleich sehen, zack. Und mache mir das jetzt hier einmal in weiß. Okay, jetzt habe ich also meine Indikatoren hier einmal perfekt eingestellt. Und jetzt sehe ich zum Beispiel ganz schön, welche Bereiche wir denn hier traden können. Grundsätzlich, dieser Bereich hier mit dem Strich, ja, da ist das meiste Volumen in der angeschauten Preisspanne. Und hier ist mein übergeordneter Support, ja. Zusätzlich weiß ich ja jetzt hier oben ist mein übergeordneter Short-Bereich. Und wenn man sich das einmal anguckt, ja, dann passt das auch ganz gut. Zusätzlich befinden wir uns hier gerade in einem Aufwärtschannel, welcher hier konsolidiert. Weil wir wissen ja jetzt aufgrund auch historischer Daten, dass solche Channels vor allem beim Forex-Markt immer sehr, sehr lange Stand haben, ja. Und wir gucken uns das Ganze jetzt hier einmal an. Und auch da ist zu erkennen, dass wir hier gerade einmal in diese Struktur uns reinbewegen, was nach wie vor hier nach oben geht. Wir kommen zwar aus einem stärkeren Pump. Diesen haben wir hier zweimal an unserem Support, dreimal an unserem Support, aber auch gehalten. Das heißt, es ist hier nach wie vor sehr bullig. Und jetzt muss man natürlich einmal acht geben. Was ich jetzt hier habe, ist dieser dynamische Resistance-Bereich. Den färbe ich jetzt hier auch einmal rot ein. Dieser ist jetzt zum Beispiel ein potenzieller Short-Einstieg. Ich persönlich, da wir uns aber hier auch in so einer W-Formation befinden, würde jetzt gerade hier zum Beispiel gar nicht in einen Trade einsteigen, sondern mich hier oben Short platzieren für eine Gegenbewegung, die in meinen Augen sehr realistisch ist. Man kann aber jetzt zum Beispiel hier einmal in den 1-Stunden-Chart reingehen und dann sieht das Spiel natürlich schon wieder anders aus, ja. Denn wenn wir uns das einmal im 1-Stunden-Chart angucken, sehen wir, was hier gerade passiert. Auch hier sehen wir wieder das Volumen verteilt. Hier oben die rote Linie, habt ihr ja eben gesehen. Im Tages-Chart ist ein potenzieller Short-Entry. Aber wir sehen, dass jetzt hier zum Beispiel gerade durchaus viel Bärenvolumen herrscht. Das sehen wir, weil der weiße Punkt, beziehungsweise die weißen Balken hier stärker und dominanter sind als die gelben. Das heißt, hier liegt mehr Bärisches Volumen. Und hier unten liegt das meiste bullische Volumen. Und dementsprechend sind das jetzt hier zwei sehr, sehr interessante Bereiche. Was kann man jetzt hier also machen? Man kann sich hier oben jetzt zum einen Short platzieren und zum Beispiel auf eine Short-Bewegung bis zu unserem bullischen Bereich spekulieren, was ja relativ realistisch in meinen Augen ist. Oder man wartet, bis man hier unten den Support noch einmal antestet, um dort in einen Long-Trade einzusteigen. Außerdem, was wir hier auch sehen, ist, wir hatten hier einmal diesen wunderbaren Trend-Kanal, welcher hier vom Bestand war, welchen wir hier auch super hätten mittraden können. Wenn ihr euch das mal anguckt, sehen wir alleine hier in dieser Bewegung 1, 2, 3 potenzielle Short-Einstiege und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Long-Entries, die hier auch alle aufgegangen wären. Wäre hier also wirklich so ein super, super schöner Trend-Kanal. Und diesen sind wir jetzt hier einmal durchbrochen. Ja, diesen haben wir jetzt einmal hier durchbrochen. Das heißt, dieser Resistant würde jetzt hier in dem Fall auch wieder zum Support werden können. Das heißt, die Spannung, die es jetzt hier geht, ist, prallen wir hier oben ab. Wenn ja, prallen wir durch diesen Trend-Kanal. Wenn das der Fall ist, würde ich mich hier unten wieder Long platzieren. Sollten wir hier wieder nach oben gehen, würde ich mich weiterhin Long im Markt platzieren, bis wir hier oben in die nächsten Bereiche einmal reingehen. Das ist übergeordnet die Vorgehensweise, wie ich im Forex-Markt trade. Wenn ihr jetzt mal wollt, dass ich sowas live trade, dann schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare, weil dann würde ich mir hier mal die Zeit nehmen und den Forex-Markt auch wirklich live traden. Ansonsten ist es aber das, worauf ich vor allem beim Forex-Markt bei meinem Traden achte. Ja Leute, das sollte auch schon jetzt hier zum Video einmal gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dementsprechend, der Forex-Markt auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Markt. Kann ich auch nur jedem von euch empfehlen, das Ganze sich einmal anzugucken. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like und Abo da, um auch zukünftig nichts mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!